Ja, ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt bei unserer Online-Veranstaltung dabei sind. Heute beschäftigen wir uns mit Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und ganz vielen Nützlingen im Garten. Ich darf auch ganz herzlich Frau Martina Lille-Reiner von Natur im Garten begrüßen. Hallo. Wir haben gerade vorher besprochen, der Vortrag wird sich in zwei Teile gliedern. Also es wird zuerst so einen kurzen Vortrag geben über die Nützlinge in unserem Garten, wie sie leben, wie sie agieren. Und danach werden wir uns anschauen, wie man den Garten am besten gestalten kann, um den Lebensraum so attraktiv wie möglich zu machen. Und wir werden das wieder so handhaben, dass Sie die Fragen während dem Vortrag einfach ganz einfach in den Chat hineinschreiben können. Den Chat finden Sie unten in der Leiste, können Sie draufklicken und können Sie einfach Ihre Frage eintippen. Genau, und in den Pausen können Sie auch gerne Mikro und Video einschalten und uns dann einfach die Frage persönlich stellen. Ja, und ansonsten warten wir vielleicht noch zwei, drei Minuten, dass alle die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Einen wunderschönen Nachmittag an alle wünscht der Herr Franz Warners. Vielen Dank. Der Herr Warners möchte ich auch sehr grüßen lassen. Wir kehren uns ja auch ein bisschen, wenn das der Herr Warners ist von dem SPZ Hollerbruch. Ja, kommt vielleicht ein Ja? Ja, ja, im Chat kommt ein Ja. Sehr schön. Freut mich sehr. Genau. Ja, wir haben gerade vorher geplaudert. Es ist wahrscheinlich eher einer der letzten Online-Vorträge, nehme ich mir an, weil jetzt geht es dann bald wieder mit den Präsenzvorträgen los. Und dann können wir es ja wieder sehen. So, ist auch ganz schön. Aber natürlich ist es auch praktisch, wenn man einfach vom Computer aus einsteigen kann. Genau, und in Zukunft wird es wahrscheinlich einfach beides geben. Wir werden zum Beispiel unsere Webinare für Gemeinden beibehalten. Und so ganz genau wissen wir es ja auch noch nicht, was jetzt doch im Herbst und nächsten Winter auch uns zukommen wird. Das ist absolut richtig, ja. Ja. Aber jetzt kann man dann einmal das schöne Wetter ausnutzen. Flexibel, ja. Wobei in so einem Veranstaltungsraum drinnen ist jetzt das Wetter auch nicht so. Da muss man Outdoor-Veranstaltungen machen. Naja, das geht immer schlecht mit Fieber und Leinwand. Na gut, nachdem wir jetzt schon viele Teilnehmer da bei uns in der Runde haben, würde ich sagen, ich übergebe das Wort jetzt einfach an Sie, Frau Lilreiner, und Sie dürfen Ihren Vortrag losstarten. Und wenn Fragen kommen, dann würde ich die einfach dazwischen einwerfen oder dann in der Pause stellen. Super. Ja, danke. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Ich bin die Regionalberaterin für das Weisland und Martina Leerainer und heiße herzlich willkommen. Und ich danke das erste Mal der Klarregion für die Einladung zu dem Vortrag. Und Ihnen, das ist trotz der Hitze, trotz dem schönen Wetter, dass Sie sich vor dem Computer einfinden. Und ich hoffe, ich kann Ihnen in der nächsten Stunde sehr viel Interessantes Leute erzählen. Und der erste Abschnitt, wie gesagt, da möchte ich Ihnen ein bisschen was über die Lebensweise der Insekten erzählen, weil damit man die gut im eigenen Garten auch schützen kann oder Lebensräume schaffen kann, muss man doch ein bisschen wissen, wie die eigentlich tippen. Und zu Beginn erzähle ich Ihnen noch etwas über den Garten. Falls jemand der Grund, der Ihnen die Bewegung noch nicht so gut kennt. Und es gibt es seit knapp 22 Jahren. Und die Intention von dem Garten ist, Grünräume, egal ob die selbst öffentliche sind oder private, dass die ökologisch gestaltet und gepflegt werden. Genau, und dazu gibt es drei Kernkriterien von dem Garten, mit denen wir sagen, so sollte ein Garten gepflegt werden, damit er in der Natur nahe ist. Und das ist, dass man auf chemisch-synthetische Dünger verzichtet, also dass man biologische Dünger verwendet im Garten, dass man auch auf chemisch-synthetische Pestizide verzichtet, also das sind Pflanzenschutzmittel, sondern dass man eben schaut, dass man vorbeugenden Pflanzenschutz betreibt. Es ist ganz wichtig, die Pflanze an einen Standard zu setzen, der optimal ist für sie. Und wenn man ein Problem hat oder wenn es die Folge ruft, man braucht den Mittelpunkt, dass man alles nach der Geo-Richtlinie verwendet. Und das dritte Thema ist der Verzicht auf Torf. Das ist natürlich auch ganz aktuell, weil Torf, in Torf ist ganz viel CO2 gespeichert, der Abbau von Torf und auch zum Beispiel die langen Transportwege von Torf, bis der Wund kommt, erzeugen sehr viel Kohlendioxid. Und das ist wieder ein Treiber von Klimawandeln. Also wenn man Torf-freie Erde verwendet, dann tut man das aktiv für den Klimaschutz. So, das war ein kleiner Einblick zum Natur im Garten. Und damit komme ich jetzt zum heutigen Thema. Und das sind Blüten und ihre Bestäuber, oder das sind die Insekten im Garten, die wir fördern wollen. Und zum Beginn einmal so ein kleiner Einblick, was da quasi die Futterpflanzen sind von Insekten. Da sehen wir zum Beispiel ein Schmetterling. Vielleicht vergegenwärtigen Sie sich, dass nicht jede Blume für jedes Insekten geeignet ist. Wenn Sie zum Beispiel denken, manchmal hat man einen Garten, der sehr prächtig blüht, ja, ganz viele Blühpflanzen. Und trotzdem kann es sein, dass dort Insekten natürlich glücklich sind, weil das Blumen sind, die Sie nicht nutzen können. Wenn das zum Beispiel die Futterblüten sind, oder wenn das exotische Blumen sind, die zum Beispiel darauf ausgerichtet sind, von Kolibris bestärkt zu werden, dann haben unsere Insekten eigentlich keine Chance, das zu nutzen. Dann kommen sie nicht an den Nektan und Pollen. Und wie sollen jetzt Blüten ausschauen? Blumen, die von der Insekten nutzbar sind. Also das ist zum Beispiel der Typ der Bienenblume. Also Bienen, die haben einen kurzen Rüssel und für die sind zum Beispiel so röhrenartige Blüten, wie hier von einem Fingerhutideal, wo Sie so reinschlüpfen können und dabei senkt sich dann die Staubgewäse auf die Biene und ladet die im Pollen ab und wenn sie dann zur nächsten Blüte fliegt, wird die Blüte bestärkt. Genau, das ist auch röhrenfirmige Blüte von einem Salbei zum Beispiel. Das ist auch speziell quasi, kann man sagen, für Bienen konstruiert, damit die Bestäubung. Eine weitere Gruppe, mit der wir uns heute beschäftigen, sind Schmetterlinge. Das ist aus dem ersten Blick vielleicht nicht der Schmetterlinge zu erkennen, das Taubenschwänzchen. Und da sieht man aber sehr gut, Schmetterlinge haben, also Bienen haben einen kurzen Rüssel, Schmetterlinge haben einen langen Rüssel. Und die können zum Beispiel dann diese Blüten bestäuben, wie hier, die so eine lange Röhre haben. Manche Blüten sind einfach darauf ausgebildet, um Schmetterlinge bestärkt zu werden. Und das sind eben zum Beispiel solche mit so längeren Röhren. Oder hier, das ist auch ein Schmetterling, ein sogenanntes Widerchen, das eben auch auf einer Blüte sitzt, wo der Nektar unten ist und den Sie eben mit dem Rüssel herausholen können. Auch als Bestäube in unserem Garten sind Käfer, die werden eigentlich nicht so wahr, aber die können auch im Sinne sein. Und Blüten, die für Käfer geeignet sind, das sind eher flache, schermartige Blüten. Also Käfer kriechen eher nicht in Röhren und bei so langen Röhren haben sie überhaupt keine Chance. Also das sind so ganz flache Blüten. Oder wie hier sind Blüten, die typischerweise für Käfer genutzt werden. Aber die können trotzdem auch von anderen Insekten gestärkt werden, wie zum Beispiel von Bienen. Ja, warum brauchen wir eigentlich Bestäube in unserem Garten? Ganz klar, so wie hier, eine Biene, die sich gerade da mit einer Apfelblüte bestäubt. Und das führt dann dazu, dass wir im Herbst dann eine prächtige Ernte haben. Und man sagt ja, Bienen sind eigentlich, also die Honigbienen ist eigentlich eines der wichtigsten Nutztiere, die wir haben, weil durch die Bestäubung von Bienen wird der Ertrag in vielen Kulturen gesteigert. Also wir haben viel höhere Erträge, wenn es Bienen gibt, die zum Beispiel Erdbeeren oder Äpfel bestäuben können. Also ein ganz, ganz wichtiger Begleiter in unserem Garten. Und was hier jetzt im Vortrag auch ist, der ist von meinem Kollegen gestaltet und der hat dann bei Fragen eingebaut, ja. Jetzt kann ich Sie jetzt nicht, dass er schon Computer direkt fragen, aber ich finde die Fragen trotzdem sehr nett. Ich werde sie Ihnen vorlesen und dann gleich darauf die Antwort und gebe Ihnen kurz Zeit, dass Sie vielleicht selbst überlegen, was würden Sie da jetzt antworten. Also die erste Frage ist, wie viele Grünen besucht und Ihnen folgt pro Tag? Sie können ja die Antwort gerne in den Chat schreiben, wenn Sie wollen. Drei Millionen, ja. Also ein Bienenvolk besteht aus circa 7.000 bis 20.000 Bienen und die können bis zu drei Millionen Bieten am Tag besuchen und bestäuben. Eine ganze Menge. Und was ist jetzt der Vorteil der Honigbienen als Bestäuber? Es gibt ja auch die Wildbienen und der Unterschied ist zum Beispiel, dass Honigbienen, da hat man ein Volk, das im Winter über Winter ein ganzes und sobald im Frühling die Saison wieder losgeht, hat man quasi das ganze Volk, das gleich zur Verfügung steht. Das ist bei Wildbienen meistens nicht so. Zum Beispiel Honigbienen, die müssen jetzt wieder ein Volk aufbauen, die sind nicht gleich in so großer Zahl im Frühling wieder da. Außerdem können Wildbienen längere Strecken fliegen als Honigbienen, können längere Strecken fliegen als Wildbienen. die können bis zu fünf Kilometer in eine Strecke fliegen. Außerdem haben wir den netten Nebeneffekt, dass wir Honig bekommen durch die Honigbienen. Hier hat mein Kollege auch gleich wieder ein paar Fragen eingebaut, zum Beispiel, wie viel Kilo Honig kann man Bienenvollkohl produzieren? 50 bis 60 Kilo. Eine ganz schöne Menge für so kleine Tiere. Und wie viele Blüten muss eine Blüte besuchen oder müssen besucht werden, damit ein Kilo Honig entstehen kann? Also zum Beispiel bei Klee, wo man an Rotklee denkt, müssten das 10 bis 20 Millionen Rotkleeblüten sein. Das ist der Weg, den sie dabei zurücklegen, entspricht einer sechsfachen Erdung. Also sind wirklich fleißige Blünchen. Honigbienen können aber auch viele Blüten vorne nutzen. Das ist ein Vorteil. Bei Wildblumen, bei Wildbienen gibt es zum Beispiel manche Arten, die brauchen eine einzige Blüte, eine einzige Art, die sie verwenden, um Nektar zu bekommen. Die sind sehr spezialisiert. Honigbienen hingegen können sehr, sehr viele verschiedene Blütenformen und Arten nutzen. Und sogenannte Generalisten und daher sehr anpassungsfähig. Genau, hier sieht man sie wieder mit so Hörnblüten, mit so einem Dezenter oder rechts ein Salbein. Und was die Honigbienen auch haben, im Gegensatz zu Milchbienen, ist die sogenannte Blutenstätigkeit. Sie haben sich vielleicht schon mal gewundert oder gefragt, warum man so einen Honig, so eine Sortenreihe, einen kaufen kann, zum Beispiel Linkenbrütenhonig oder Sonnenblumenhonig. Wenn, wie macht man das, dass die Bienen da, was stellt man da einen Glassturz drüber, dass die nur diese eine Honigart sammeln. Nein, das ist nicht so, sondern die Bienen, die gehen da irgendwie sehr effizient vor. Wenn jetzt ein großes Angebot von einer Nahrung da ist, von einer Blüte, dann pflegen sie gezielt nur diese an. Also, wenn eine Arbeiterin das quasi entdeckt, sagt sie das nach der Kollegen weiter und dann nutzen sie, beugen sie das quasi aus, diese eine Art, zum Beispiel eine Sonnenblume, so lange, bis das halt ausgeschöpft ist oder das verblüht. Und daher kommt es, dass eben dieses Sortenreihe in Honig zum Beispiel gibt. Das nennt man dann Blutenstätigkeit. Und das kann man dann zum Beispiel nutzen, wenn man so eine Apfelplantage bestäuben will, dass man dann weiß, wenn ich das Bienenvolk jetzt in die Apfelplantage stelle, dann wird sie auch die Apfelplüten nutzen und nicht irgendwo anders hinfliegen. So anfangs geht man da her. Dann kommen wir zur nächsten Gruppe der Bienen. Das sind die Wildbienen und da gehören die Hummel dazu. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört, es gibt in Niedos 30er 600 Arten von Wildbienen, eine ganz, ganz große Menge. Die Vielfalt ist ganz toll. Das liegt daran, dass Niederösterreich so vielfältig ist von den Lebensräumen und eben auch schon Anteil hat zu einem panonischen Lebensraum. Also Insekten tendieren eher zu Lebensräumen, die eher wärmer sind, auch ein bisschen trockener. Und da finden Sie in Niederösterreich viele Standorte, aber es gibt eben auch andere Standorte, die zum Beispiel eher waldig sind oder feuchter sind. Und durch diese Vielfalt gibt es einfach viele Bienenarten in Niederösterreich. Und die Hummeln haben bei den Wildbienen eine Sonderstellung, weil sie eben auch Staaten bilden. Von den Wildbienen sind die meisten Arten, man sagt, solitärlebend, die sind quasi Einzelgänge. Und nur Hummeln bilden, oder nur ganz wenige Arten wie Hummeln, zum Beispiel Mauerbienen auch, bilden zu Staaten. Der Vorteil von Wildbienen wie der Hummeln ist zum Beispiel erst bestäubert, dass sie auch bei kühleren Temperaturen unterwegs sind. Wenn Sie zum Beispiel denken an das heurige Frühjahr, das war ja ziemlich frisch, und die Wildbienen, die brauchen, die sind ja bei uns eigentlich nicht heimisch, die brauchen eine gewisse Temperatur, die kommen aus wärmeren Klimazonen, die fliegen erst so ab 12 Grad Celsius. Was mache ich jetzt aber, wenn es den ganzen Tag nur 7, 8 Mal einen Grad hat, aber der Apfelbaum steht trotzdem in Blüte. Damit da nicht der Totalausfall ist, ist es wichtig, dass wir eben auch die Wildbühne haben, zum Beispiel die Hummeln. Da kommt wieder eine Frage, welches ist die Minimaltemperatur, bei der Hummeln fliegen können, ab der sie quasi ausfliegen, um Blüten zu bestäuben. Und zwar die Königinnen sind schon ab 2 Grad Celsius unterwegs, die lassen sich da nicht abschrecken, wenn es mal ein kälteres Frühjahr ist. Man kann sagen, unter den Bestäubern sind die Hummeln auch die Jumbojets, mit ihrem Körper warm, und die sind auch sehr, sehr leistungsfähig, die Hummeln. Die können, wie viel Prozent ihres Körpersgewichts können Hummeln extra transportieren? Also wirklich sehr, sehr viel. Das sind nämlich 90%. Und wenn man jetzt eine Honig, wenn man jetzt die Überlegung macht schon wieder, wie Honigbienen, wenn die genauso effizient werden, wie die Hummeln, wenn die auch 90% ihres Körpersgewichts tragen könnten, können Sie nicht, wie viel Liter Honig könnten sie dann pro Tag herstellen? Also wenn man nicht denkt, das sind 12.000 Bienen halt, das wären dann 15 Liter, würden die Bienen am Tag machen. Dann hätten wir sehr, sehr viel Honig. Genau. Und Hummeln mögen auch gern so Ohrenfirmen verbieten, wie man hier sieht. Das sind Pflanzen, die zu der Gruppe der Schmetterlingsblütter gehören. Das sind zum Beispiel viele Kleearten oder zur Familie der Lippenblütter gehören. Da sind zum Beispiel auch viele Kräuter dabei oder die Familie der Wachenblütter. die Hummeln gehören eben wie gesagt zu der Gruppe der Wildbienen und jetzt stelle ich Ihnen noch ein bisschen was über diese solitär einzeln lebenden Wildbienen vor. Wie wir zum Beispiel, da haben wir eine sehr hübsche der Vertreterin. Die Wildbienen sind ja die Arten, für die wir gerne so Nützlingshotels bauen oder aufstellen. Hier ist zum Beispiel eine Dose gebastelt mit Bambus drinnen, mit Bambussteckern. Da sieht man schon, wie die Binnen fleißig da ihre Näs da drinnen anlegen. Und zwar schaut das innen so aus in so einem Nest. Da sieht man schon die Larven und da wird immer in eine Röhre kommen mehrere Eier. Da sind die Binnen liegt ein Ei rein. Dann gibt sie Futter dazu. Dann verschließt die Kammer und dann kommt das nächste Ei mit Futter und mit der Kammer. So sind mehrere drinnen und je nach Art brauchen sie dann bis zu einem Jahr diese Larven, bis sie sich entwickeln und dann wieder ausfliegen. Aber diese Bienen, Wildbienenarten, die so mehr die in dieser Röhre nutzen zum nächsten, für die wir die Wildbienen und die es bauen, sind in der Gruppe der Wildbienen circa ein Viertel von allen Wildbienenarten nutzt das oder kann das nutzen potenziell. Viel mehr Wildbienenarten und zwar das ist circa die Hälfte der Arten, die es bei uns gibt, die verwenden die Nisten im Röhren im Boden. Das ist etwas, was man oft übersieht und da haben wir dann ein paar schöne Beispiele, wie man das im Garten auch fördern kann, weil die brauchen natürlich dann einen offenen, lockeren Boden, in dem sie graben können. Wenn das jetzt die ganze Garten mit Rasen bedeckt ist, dann finden die zum Beispiel keine Nisten die Nisten wieder. Wenn Sie jetzt fragen, was macht das der Rest der Wildbienen, also ein Viertel circa Monister zu röhren, die Hälfte circa unserer Brunstrukturen und ein weiteres Viertel sind sogenannte Kuckuckspienen, das sind welche die andere Parasite. Wie soll jetzt ein Nützlingshotel ausschauen? Man sieht wieder ganz, ganz viele Nützlingshotels, die selbst gepasselt werden, die man im Handel kaufen kann, aber leider sind da auch viele nicht optimal gebaut oder falsch gebaut. Da möchte ich Ihnen gerne empfehlen, wir haben auf unserer Webseite gibt es den Bereich Downloads und da gibt es zum Beispiel eine Bauanleitung, wo sich meine Kolleginnen wirklich sehr intensiv damit beschäftigt haben, wie ein ideales Nützlingshotel ausschauen soll, weil natürlich gibt es da ja auch verschiedene Meinungen und unterschiedliche Ansichten, aber ich glaube, unsere Anleitung ist eine sehr gute und wenn Sie es lieber in gedruckter Form haben möchten, können Sie es auch zuschicken lassen. Ganz wichtig ist jetzt einmal, wenn man zum Beispiel das Nützlingshotel aus Holz baut, dass das ein Holz ist, dass man bis keine Risse hat. Also meistens da durch Risse sind, wird dann nicht mehr gemistert. Die werden dann mehr ausgelassen von den Milchpinnen. Und wenn man zum Beispiel Bammus hat, dann soll der Schnitt ganz sauber sein von der Röhre und das nicht phasen. Das ist der häufigste Fehler, was man sieht, wenn man zum Beispiel welche kauft, Nützlingshotels, dass die nicht sehr glatt geschnitten sind und sehr phasrig. Und eine Milchpinne, die will sich natürlich nicht verletzen, wenn sie ein Nest baut und die fliegt dann oft hin und her, rein und raus. Und wenn es dann so phasrig ist, dann meidet sie das auch, dass sie sich verletzen können. Ansonsten werden solche zur Verfügung gestellten Röhren, egal ob es jetzt Bambus oder Holbs oder irgendwas Tonmodell ist, sehr gern genutzt. Und idealerweise werden die dann auch sind die ein bisschen geschützt mit einem kleinen Vordach und eher nach Süden ausgerichtet. Was haben jetzt die Wildbienen für eine Bestärkungsleistung, wenn man sie jetzt wieder so als Nutztier betrachten würde? Auch da eine kleine Frage. Wie viele Weibchen glauben Sie von so einer roten Mauerbiene wie dann gesehen braucht man? Damit man ein Hektar Apfelanbaufläche gestorben kann, ein Hektar, das ist nicht klein, und würde man das zum Beispiel mit Honigbienen gestorben wollen, dann würde man dort ein bis zwei Völkern aussetzen. Und die Leistung von diesen Mauerbienen ist ziemlich unglaublich. Das würde nämlich reichen, dass man dort 530 Arbeiterinnen hat und die können dann einen ganzen Hektar Anbaufläche gestorben. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir Wildbienen fördern und in einem Lebensraum geägneter zur Verfügung stellen. Für uns selbst. Das Besondere ist jetzt bei den Wildbienen, dass sie eben, dass da ganz viele spezialisierte Arten gibt. Also es gibt solche, die ganz spannende Verhalten haben. Es gibt zum Beispiel eine Art, die brütet, die legt die Reihe in Schneckenhäusern ab. Die hört sich in Schneckenhäusern auch zu verpflanzen. Oder es gibt Arten, die Brotröhren machen in den Boden und dann mit Blütenblättern auskleiden. Zum Beispiel da gibt es eine Gelbeleinbiene, die so Gelbelein in ihren Brühern ausbildet. Es gibt immer ein paar Arten, die sich von nur einer oder zwei Blumenarten ernähren und da ist es wichtig, dass die Haltung auch gibt. Also das ist dann ganz wichtig, dass es Wildblumen gibt, dass wir auch in unseren Gärten zulassen, dass es da Wildecken oder Wildblumen gibt, die dann von diesen spezialisierten Wildbienenarten genüssen können. Damit komme ich noch von den Schmetterlingen zu den Bienen zu den Schmetterlingen. Ein bisschen was über die Theologie der Schmetterlinge. Um die besser zu verstehen, davon gibt es in Österreich ca. 4000 Arten, wobei nur etwa 200 davon sind so tagfalt. Also das, was wir unter Schmetterling verstehen, so hübsche wie der Tag von Organzu und so weiter. Und der Rest, also 3800 Daten fällt unter die Gruppe der Nachtfalter. Das sind zum Beispiel ganz unscheinbare Schmetterlinge, die denken zum Beispiel an Moppen, da gibt es ganz viele. und die Einteilung in Tag und Nachtfalter ist auch nicht unbedingt dem geschuldet, dass die Nachtfalter nur nachts unterwegs sind, sondern gibt es auch welche, die tagaktiv sind. Das hat eher mit der Anatomie zu tun, dass sie entteilt werden. Die Gruppe der Tagfalter, das sind Schmetterlinge so wie hier, das sind die, was quasi, wenn sie in Ruhestellung sind, die Blüten so vom Körper weg, die Brügel vom Körper weg ausgestreckt haben. Oder hinten so am Dach falsch. Die Tagfalter sind die Flügel hinten am Körper zusammen kratten, so wie hier zum Beispiel. Und im Gegensatz dazu die Gruppe der Nachtfalter, da gehören zum Beispiel auch die Mieterchen dazu, die aber eigentlich tagaktiv sind, die haben die Flügel entweder so von sich gestreckt oder so schuppenförme kinden am Körper angelegt. Das Besondere an den Schmetterlingen ist eben einerseits, dass sie diesen Sauglösen haben, diesen langen, den sie eben auch aufrollen können, weil das Schmetterlinge z.B. 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 Zügel haben, die mit Schuppen bedeckt sind, im Gegensatz z.B. zu den Binnen. Bei Schmetterlingen ist es ganz, ganz wichtig zu wissen oder im Kopf zu haben, weil Wissen dunkel ist ja, dass die diesen Lebenszyklus haben mit Eim, Raub, Puppe und der fertige Falte, weil es ist leider nichts, es ist schön, wenn man in seinem Garten z.B. einen Schmetterlingsbäder dann mache ich jetzt was für Schmetterlinge, die haben die Futter, aber das ist halt nur ein kleiner Teil von dem, was der Schmetterling braucht. Wenn der jetzt z.B. für die Raubbein, die Raubbein haben meistens eine ganz andere Futterpflanze als der erwachsene Schmetterling, z.B. sind Brennensel bei vielen beliebt, dass man eben auch solche Ecken zur Verfügung stellt oder z.B. ruhige Ecken, wo Eier und Puppen ungestört sich entwickeln können. Oder z.B. wo Schmetterlinge auch überwintern können. Das macht z.B. der Zitronenfalter bei uns, der überwintert das erwachsene Tier im Geschützdecken. Da sehen wir z.B. ein Schmetterling, der gerade ausgeschleppt ist aus einer Puppenhülle. Hier sehen wir eine ganz tolle Raupe. Schmetterlinge vielleicht auch noch zur Überwintern von den Schmetterlinge zu wissen, wie die bei uns überwintern. Es gibt nur wenige Arten, die so wie der Zitronenfalter als Schmetterling überwintern. Die Hälfte von ihnen überwintert aus Puppen, im Puppenstadium und fast wieder die Hälfte aus Raupe. Und da gibt es noch weniger die aus Ei für uns überwintern. Ja, da haben Sie wieder ein paar hübsche Fotos gehört von Schmetterlingen. Die sind echt so hübsch. Da gibt es auch noch Schmetterlingsarten, die nicht bei uns überwintern, sondern dazu teilweise auch lange Strecken für Überwinterungsquartiere auszunehmen. Zum Beispiel der Admiral, der Dieselfalter oder das Daumenschwänzchen, das ist ein kleiner Schreiberleckchen, das Daumenschwänzchen, die bis zu 2000 Kilometer wandern, aber zum Teil in mehreren Generationen. Das selbe Tier kommt an Quartier an, das weggeflogen ist, in mehreren Generationen. Es gibt auch Arten, die das auch die gesamte Strecke schaffen. Genau, der Distofalter zum Beispiel, der überwintert in Nordafrika oder Südeuropa und der braucht drei Generationen, bis er zum Beispiel, wenn er in England angekommen ist, wenn er dort überwintert. hier wieder ein paar Fotos von Schmetterlingen. Die Bedeutung von den Schmetterlingen ist, sie sind auch bestäuber bei uns. Sie bestäubern jetzt keine Kulturpflanzen, die wir essen, aber sie sind trotzdem für viele Blumen wichtig und sie sind auch ein wichtiges Glück bei uns in der Nahrungskette. Zum Beispiel hier diese Meisen ist ein Paar, hat für die Nähstlinge. Hier sieht man zum Beispiel Nählten. Nählten ist hier zum Beispiel Falterblumen. Hier sieht man Staubenschwänzchen, das einen Nachbarnkopf gerade gestaubten Nachbarnkopf zum Beispiel ist auch eine Wildpflanze die es bei uns gibt und die aber auch ganz super im Gärten ist weil sie viel Trockenheit und Hitze aushält und sehr sehr hübsch ist. Damit bin ich mal am Ende vom ersten Teil und die Biologie von den Schmetterlingen und Bienen kennenzulernen. Um sie besser zu verstehen, da frage ich jetzt mal gleich bevor ich weitermache, ob es da vielleicht Fragen dazu gibt zu diesem Teil. Ja, vielen Dank. Also im Chat haben wir noch keine Fragen. Ich habe aber in den Chat diese Broschüre reingepostet für das Bildspielenhotel, falls jemand sich das anschauen will, das befindet sich jetzt im Chat. Ja, und falls jemand eine Frage stellen will, dann auch gerne Mikro und Video einschalten und einfach selber stellen. Ansonsten würde ich sagen, setzen wir einfach mit dem Vortrag fort und wir haben ja dann im Anschluss auch noch mal die Möglichkeit zu fragen. Super. Ja, fein. Dann komme ich jetzt zum zweiten Teil, zu der Gartenstaltung für Gemine und Co. Also hier sieht man schon einen hübschen Garten mit vielen Blüten und vorbeikommen das ist eine Vire mit Margariten, also sowas ist zum Beispiel superideal für Insekten. Ja, ich fange mal mit Gehölzen und Hecken an. Das ist etwas, mit dem man zunächst nicht denkt, wenn man an Blüten für bestäubende Insekten denkt. Da denkt man eher an Stauben oder einjährige Blumen, aber auch die Gehölze sind erstens mal wichtige Futterpflanzen, aber nicht nur für die Erwachsene Tiere, sondern zum Beispiel bei Schmetterlingen auch zum Beispiel für die Raupenfutter Pflanzen. Also wenn sie in ihrem Garten Platz haben für Wildsträucher, dann ist das schon optimal. Hier sieht man zum Beispiel eine Saalweide oder Palmkätzchen und da sehen sie schon, dass da einiges los ist. Die Palmkätzchen sind deswegen sehr beliebt, weil sie so zeitlich im Frühjahr brüllen. Und wir haben gehört, die Hummelkönigin fliegt schon ab 2 Grad Centius, also viele Bienen, Wildbienen, die fliegen schon bei Kippen, können schon bei Bargradiger Null, wachen die schon auf und gegeben sich auch Futtersuche und für die ist es ganz wichtig, dass man schon zeitig im Frühjahr was zum Futtern hat. Und da sind zum Beispiel Weiden toll geeignet, weil die zu den früh blühenden Sträuchen gehören. Hier sieht man, dass die zum Beispiel auch von Schmetterlingen schon genutzt werden. Und wenn sie zum Beispiel einen Platz für eine Weide haben, da gibt es auch Arten, die ein bisschen kleiner bleiben, wenn der Garten zu groß ist. Das ist schon toll. Toll. Eine weitere Strauchart, die schon sehr zeitig im Frühling bietet und deswegen auch toll ist als Butterpflanze ist die Cornelkirsche oder Thirnschir. Sie ist auch als Strauch sehr hübsch. Sie macht einen kompakten Strauch und im Herbst hat man dann die Früchte, die man verarbeiten kann. Zum Amelhalle zum Beispiel und da hat man dann quasi doppelt was davon. Einerseits sie oder im Herbst und auch eine sehr hübsche Herbstherrung. Oder zum Beispiel der Holler wenn sie mehr Platz haben weil der wird ein bisschen größer. Auch die Blüten sind auch sehr begehrt. Die sind man einen Käfer von verschiedenen Insekten genutzt. Im Herbst sind die Früchte natürlich auch wieder super nicht nur für uns sondern auch für Früge. Liguste zum Beispiel da gibt es einen eigenen Schwetterling der Liguste schwärmer wo die Raupen zum Beispiel darauf angewiesen sind dass sie eine Liguste haben zur Entwicklung Auch hier haben wir wieder den doppelten Nutzen einerseits die Blüte Liguste kämpfen zum Beispiel klassisch das Heckenstrauch kämpfen vielleicht nicht unbedingt auch im blühenden Zustand weil wenn eine Schnitthecke hat kommt er unter Umständen gar nicht zum Glück aber er ist auch frei wachsender Gira Strauch und ist natürlich eine Gira Alternative zu Thuja Necken wenn man zum Beispiel eine Abgrenzung möchte weil der sich sehr gut schneiden lässt den Schnitt machen und auch wenn dann vielleicht weg fehlt hat man zumindest das Raupenfutter und wenn die Blüten draufbleiben hat man im Herbst dann wieder Früchte die vor allem Vögel gefressen werden genau ich gebe es eine Übersicht dass sie sich ein bisschen vielleicht ein Bild davon machen können wie viele Schmetterlings Arten heimische Sträucher und Arten nutzen können da sind zum Beispiel auch Obst Gehölze angegeben nehmen wir da zum Beispiel als Viertes die Saalweide von der wir gesprochen haben also 100 Schmetterlings Arten nutzen die zum Beispiel oder Spitzenreiter sind Eichen von 160 Schmetterlings 60 Schmetterlings Arten wie Eichen oder Brombeeren und Himbeeren das denkt man oft nicht so auch die werden zum Beispiel von über 50 Arten genutzt oder Apfel und Birne also Obst Gehölze sind auch ganz ganz tolle Butter Pflanzen für Schmetterlinge oder auch Genen Arten Hier ist zum Beispiel ein Beispiel wie zum Beispiel ein Saum ausschauen kann aus Wildsträuchen also Sie müssen nicht nur Wildsträuchen im Garten pflanzen es gibt auch nichtheimische Sträuche die sehr gut als Bestäuber oder als Futterpflanze geeignet sind aber wenn Sie Platz schaffen dass zumindest ein paar Arten dabei sind dann tun Sie da schon mal Gutes jetzt sieht man zum Beispiel eine Wildrose ein Holler ja weitere schönen Arten und eine Art die zum Beispiel bei uns eigentlich nichtheimisch ist aber trotzdem eine super Butterpflanze ist der Mönchfechfer das ist ein Strauch der bei uns noch nicht so bekannt ist ich sage noch nicht weil der auch eher warme und trockene Bedingungen braucht und ich glaube dass es ein Strauch ist der dann zukünftig gepflanzt werden wird der blüht wunderschön blau im Sommer im Hochsommer und das ist auch eine Zeit wo normalerweise nicht so viele Futterpflanzen mehr blühen also in unserem Garten ist meistens so ein Hoch so im Mai im Juni da blüht es ganz ganz viel da blüht es ganz viele Stauden und Sträucher und so die Zeit davor also der zeitige Frühling und der Sommer und auch der Herbst das sind die Jahreszeiten wo da meistens nicht so viel blüht und die Bienen können aber nicht ausweichen also die können nicht sagen ja ich halte jetzt einfach einen Wieterschlaf bis wieder was blüht es muss wichtig ist wenn sie etwas Gutes tun wollen für die Insekten dass sie schauen dass in ihrem Garten möglichst lange was blüht ja von ganz zeitigen Frühling bis zum späten Herbst wo es dann zum Beispiel Lastam oder so gibt die dann noch spät blühen das wäre ideal und für diese Lücke im Sommer gibt es eben zum Beispiel diesen hübschen Strauch den Müsse oder den heute schon angesprochenen Schmetterlingsblieder der immer eine gute Pflanze ist für die erwachsenen Tiere und hier ist aber vielleicht zu sagen der Schmetterlingsblieder wenn sie da Sorten kaufen dann achten sie vielleicht bitte auf Sorten die nicht invasiv sind was heißt das der Schmetterlingsblieder gehört zu den Pflanzen die sich bei uns ausbreiten das eigentlich ist heimisch und hat aber die Fähigkeit quasi sich zusammen zu vermehren zu verbreiten und taucht dann auf Böschungen und so weiter auf und es gibt aber Sorten die sich nicht selbst weiter vermehren können und die wären eigentlich für den Garten also eigentlich für die für die Natur besser damit sich der Schmetterlingsblieder nicht so unkontrolliert verleiht auf Haushalt der Gärten weiter vermiert wenn sich das interessiert dann fragen sie dann zum Gartentelefon nach das kann ihnen dann Informationen schicken welche Sorten auch eine tolle Futterpflanze ist das je länger je lieber das gehört zu den Pflanzen die zum Beispiel Nachtfalter gerne mögen es gibt etliche Nachtfalter die mögen Pflanzen die eher gerne am Abend duften und da gehört das je länger je lieber dazu eine hübsche Kletterpflanze genau und eine Pflanze die auch ganz ganz toll ist kann ich nur auf den Film ist der IFA dem IFA kennt man normalerweise eher als Kletterpflanze was nicht so bekannt ist ist dass der IFA der hat zwei Lebensphasen quasi wenn er jung ist dann dann klettert er ja und wenn er sich mal etabliert hat wenn er älter ist dann fängt er an sich in einen Strauch umzuwandeln sie kennen es vielleicht zum Beispiel von alten Friedhausmauern dort ist oft der IFA eben in dieser älteren Altersform und der unterscheidet sich dann von der IFA weil die Blätter ein bisschen anders ausschauen und weil er dann eben blüht hier sieht man die Blüte und diese Blüte ist dann zum Beispiel auch noch im Spätsammer oder Herbst das ist dann ein tolles Butter und man kann das in Bauschulen schon so kaufen da gibt es diesen IFA als Altersform und das ist zum Beispiel ein sehr sehr hübscher niemals mehr Strauch für den Garten genau oder die Heide Erika das ist auch ein Strauch der der spät im März beziehungsweise zeitig und damit auch wieder so eine Lupe schließt jetzt war ich bei den Sträuchern jetzt komme ich mehr zu den krautigen Pflanzen und zwar zuerst mal zum Blumenrasen das meinen wir damit Blumenrasen mit meinen wir so kurz geschnittene Rasenflächen die trotzdem aber nicht nur aus Gras bestehen sondern eben auch mit vielen Blumen jetzt muss ich mal kurz hier sieht man zum Beispiel Kleearten und das ist ein großes Prädoyer von uns dass sie in einem Garten oder im Rasen auch Blumen zu lassen also ich persönlich kann es überhaupt nicht verstehen warum man zum Beispiel gegen Gänseblümchen oder Gundelräder und so weiter ankommt ich finde ein Rasen viel schöner wenn sowas drinnen ist und das ist natürlich auch für die Insekten toll weil das ja auch wieder funkt hier sieht man zum Beispiel auch einen hübschen Blumenrasen mit Münzel das ist auch eine sehr sehr schöne Blume die sich im Rasen ausbreitet wenn man sie lässt hier auch vielleicht auch nochmal eine kleine Übersicht wieder mit Schmetterlingsarten mit sogenannten Ungreitern wie wir vorkommen können also zum Beispiel bei den Wegericharten es gibt es ein Breitwegerich mit schmalen Blättern da gibt es 48 Arten bei Löwenzahn gibt es 41 Arten oder bei Glapriennes 25 Arten also lassen Sie auch sowas in dem Garten wachsen ja ganz ganz toll für Insekten sind Blumenwiesen also dort wo die Blumen die Milchblumen eben auch höher wachsen können weil das natürlich ein sehr blutenreicher Lebensraum ist mit ganz vielen Arten mit ganz vielen heimischen Milchpflanzen die genutzt werden können von den Insekten und wo kann man so eine Blumenwiese im Garten anlegen ist nicht so einfach hier zum Beispiel da sieht man so einen hinteren Ausgang da ist ein Weg in die Mitte gemäht worden weil Blumenwiesen kann man nur in Flächen anlegen die nur selten betreten werden also häufig betretenen kommt die sonnig sind und wo der Boden mager ist das ist auch ein wichtiger voraussetzung der Blumenwiese dann können sie dort eine Blumenwiese anlegen oder einfach vielleicht schon wachsen lassen oft sieht die Kräuter ja schon im Boden die Samen vorhanden haben die Samen vorhanden und Blumenwiese wird dann circa zweimal im Jahr gemäht und das Mähgut entfernt und viel mehr Pflege braucht ist eigentlich ein sehr pflegeleichtes Gartenelement das man haben kann und das aber trotzdem eine ganz tolle Wirkung hat für Insekten ja wir waren schon bei dem Thema dass es eben schon zeitigen Frühjahrfutter Pflanzen braucht und da sind zum Beispiel auch diese frühenblühenden Zwiebepflanzen wie hier zum Beispiel der Krokus auch eine schöne Nahrungsfälle oder hier das Schnickelchen und hier auch wieder wenn sie da viele auch einheimische Arten nehmen tun sie dann etwas Gutes sie können ja trotzdem auch exotische Tulpen oder was ihnen gefällt Pflanzen aber eben Vorsicht viele von den Tulpenarten oder Narzissen sind nicht nutzbar für Insekten aber das kann ja beides im Garten miteinander existieren ja und jetzt kommen wir zu dem Thema der offenen Grundstellen ich habe Ihnen das schon erzählt das sind eben für die Wildbienen die Hälfte aller Wildbienen bei uns genistert eben im Boden und da schauen Sie sich das mal an da sind ganz ganz viele Niströhren dringend ja vielleicht erkennt man das gar nicht wenn es schon so selten geworden ist sowas zu sehen da haben schon ganz viele Bienen eben kleinen Löcher reingeklaven und da entsteht eben so ein Haufen links und rechts also das sind keine Amisen das sind keine Regenwurmröhren das sind Nistplätze von Wildspielen ja und da sieht man auch schon gleich was es dafür braucht nämlich eben die offenen Bodenstellen ja das muss am besten auch wieder ein sonniger Platz sein und wenn Sie vielleicht in Ihrem Garten eher ein bisschen einen sandigen Boden haben oder Sie können auch eine Stelle mit ein bisschen so Sand aufschütten aber bitte keinen gewaschenen Sand also keinen Sandkistensand weil der der würde nicht so stabil bleiben er wieder sofort wenn man versucht ein Loch zu graben wieder nachlesen ja es muss ein ungewaschener Sand sein wo eben feinere und grobere Körnchenteile drinnen sind und genau dann kann man eine Stelle im Garten machen die eben für diese Wildbienen Niesgelegenheit bietet also wenn Sie sowas im Garten haben so auf der Stelle müssen Sie nicht sofort wieder mit Rasen gewachsen werden oder so sondern da kann man eben auch durchweg auch in einem Wildbienenquartier quasi entstehen lassen hier sieht man da gerade eine Biene bei der Arbeit wie sie eben versucht hat gerade eine Nüströre zu bauen was Bienen auch noch brauchen ist Wasser und Sie können sie auch fördern wenn Sie im Garten noch Wasserstellen zur Verfügung stellen zum Beispiel eine Gine das gerade trinkt das können ganz kleine Wasserstellen sein so wie hier zum Beispiel das kann man zum Beispiel auch auf einem Plakon aufstellen oder die etwas größere Version wenn der Garten genug Platz hat so ein Schimmbiotop ist natürlich ganz ganz toll für verschiedenste Tiere und Pflanzen Arten aber man muss eben schauen dass das einen flachen Bereich gibt wo die Bienen dann auch gut trinken können damit sie Gefahr laufen zu ertrinken weiterer Lebensraum den ich bin in Glamis Hiedeln sind Trockenstern Mauern wo sie eben auch zum Beispiel wieder schöne Möglichkeiten zum Nisten finden wie hier bei Trockenbaum Mauern hat man oft so offene Erdstellen so im Kronen Bereich und das ist super dass es gibt das muss nicht mit Pflanzen zugemacht werden sondern kann man auch offene Stellen lassen wie sie eigentlich wie normal an so trockenen Ort vorkommen da sieht man auch wieder so eine kleine Gerdedinie wie sie gerade dabei ist ein Loch zu graben ja aber trotzdem sollen diese diese Trockenstämmer auch lebendig sein das heißt da kann man auch wieder toll Pflanzen setzen die sich wie das guter Pflanze eignen also viele Pflanzen die eher so trockene sonnige Standorte brauchen sind auch gute Futterpflanzen für Insekten da sieht man zum Beispiel eine sehr hübschste Spirale wo gerade Sedum oder Fetthemmel sehr schön und das ist auch eine ganz tolle gute Pflanze oder hier links dass man Lücken füllt mit Steingarten Pflanzen eine Malve die auf der Mord blüht auch wieder eine wilde Malve eine heimische Art aber Sie sehen wie viele wirklich hübsche heimische Arten es auch gibt die man durchaus im eigenen Garten fördern kann und trotzdem einen attraktiven Garten hat Genau und auch bei Wegen und Wegrändern gibt es immer wieder so Strukturen die von den Riespinnen als nächstes Platz genutzt werden können vorausgesetzt es ist natürlich kein Asphalt oder so sondern es ist etwas feinköniges oder Pflaster mit Sandfugen hier sieht man zum Beispiel wie so das ausschauen kann dass Wassersterne verlegt werden auf ein Sandbett da kommt es noch ein Kies und auch die Fugen werden dann quasi mit Sand verfüllt und man hat dann für die Wildbinnen ein bisschen Lebensraum oder hier mit Natursternen ein Weg oder hier mit Holz und Trinkenmulch genau sieht man zum Beispiel wie so eine Sandwespe einen Brutplatz anlegt sie hat zu einem Loch gegraben und jetzt hat sie eine Heuschwecke gefangen die schleppt sie jetzt hinein in das Nest weil sie versorgt ihr Nachwuchs quasi schon mit Futter manche Arten also die Wildbinnen geben Pollen rein und es gibt aber auch Arten die etwas Fleischliches reinlegen für ihr Nachwuchs wie zum Beispiel dieses anderes Genau was auch nichts wahrgenommen wird als für Insekten notwendig ist Totholz ja also dabei ist das aber auch ein sehr wichtiger Lebensraum der schon sehr selten geworden ist also viele Arten von Insekten die auf Totholz auf Lebensraum angewiesen sind sind schon sehr selten geworden der bekannteste ist wahrscheinlich der Hirschkäfer wo sich die Larven mehrere Jahre entwickeln in einem Totholz bis der Käfer quasi fertig und erwachsen ist ja und darum ist es wichtig und quasi wenn sie in ihrem Garten Platz haben dass sie zum Beispiel auch Baumstämme angefallene wo platzieren die dann quasi dort einfach vermodern und vermorschen können zum Beispiel braucht es die Holzbiene die Holzbiene ist unsere größte Bienenart die es gibt sie kennen sie wahrscheinlich sie gehört zu den Arten die durch den Klimawandel profitieren wo es bei uns mehr gibt wenn ihr warme trockene Lebensraum braucht und das ist diese blaue Schilder die große Speziker und die legt zum Beispiel ihre Brutkammen im morschen Holz an die hat so scharfe so ein scharkfest Kiefer dass sie in das morsche Holz Gänge reinkraben kann und dort liegt sie ein Nachwuchs und ein weiteres wichtiges Element sind Möglichkeiten wo die Insekten überwintern können hier zum Beispiel Gartenhäuschen die auch ein bisschen offen sind das möglich viele Insekten um sich im Winter verglichen zu können oder hier so eine ruhige Ecke das ging zum Beispiel ein Holzstapel sowas ist auch super oder zum Beispiel Laubhaufen ja Rastraufen im Herbst das ist ganz toll als Überwinterungs Verstecker genau was eben auch wichtig ist im Garten auch ein bisschen Lichtbuch zuzulassen weil eben viele von diesen heimischen Rieselarten weil klarerweise unsere heimischen Insekten sind auf unsere heimischen Blumen quasi als Nahrung angewiesen und darum sollte man die auch in gewissen Bereichen im Garten tolerieren und dass es eben so Ecken gibt die ganz ruhig sind wo auch ein bisschen Schlamper zählend wo eben zum Beispiel mal Holz oder ein Stück Stamm oder ein Laub also für Insekten oder auch andere Tiere sind solche Strukturen notwendig da sieht man zum Beispiel Brennnessel ja ein Brennnessleck man sieht Brennnessel kann man zum Beispiel auch schon kaufen in Gärtnereien gibt es auch und das ist das Paradebeispiel von Schmetterling die auf Brennnessel angewiesen ist das Tag von Aude diese kleinen schwarzen Raupen wenn sie die kennen die kommen zum Teil massenhaft vor wenn es Brennnessel gibt im Frühling und ohne diese Brennnessel gibt es natürlich auch keinen Tag von Aude bei uns ja auch eine ganz tolle Blume hier ist die Karade die wilde Karade die hat ein bisschen was von einer Distel ist aber keine Distel die wird ein bisschen höher bis zu zwei Meter und kommt bei uns auch eher so auf Brachflächen auf Trockenen vor kann man sich aber auch die Samenkauppen und den eigenen Garten quasi ansehen an eben sehr heißen trocken und die wird eben auch sehr gerne von Bienen genutzt und das schaut auch ganz toll aus diese Fruchtstände wo man den Herbst stehen muss über den Winter Hier ist noch ein Beispiel von einem Strauch für den Zitronenfalter der Zitronenfalter der zum Beispiel der braucht das Futter Pflanze für den für die Rocken den Faulbogen das ist ein heimischer Strauch der bei uns leider noch selten vorkommt früher gab es in so den Wäldern in den Geisten wie der leider noch sehr selten angepflanzt wobei er ist kein sehr auffälliger Strauch sie sind auch die Blüte eher ein zarter bescheidener Strauch aber sie können damit zum Beispiel den Zitronenfalter und der Zitronenfalter braucht eben für die Überwinterung zum Beispiel Holzstapel oder Falten oder Schuppen oder Schuppen oder ähnliches wo er dann eben überwinden kann zu Beginn war es ja schon ein bisschen auch erkennbar Obst Bäume Obsträuche sind auch ganz tolle Füterpflanzen nicht jeder ich gebe zu hat so viel Fläche hier so einen schönen großen Obstgarten aber zumindest einen Obstbaum oder einen kleinen Gärten oder Balkonen passen zumindest Obststräuche also ich habe einen Balkon und da habe ich Rewissel und Timber und ich habe Erdbeeren und es wird alles total gerne angeflogen von den Insekten da sieht man zum Beispiel auch wieder einen Obstbaum mit Schmetterlingen drinnen und eben auch die Obststräuche links zum Beispiel die Grombeere oder rechts die Rewissel das sind auch vielleicht eher unschenbare Pflanzen aber für die Insekten sehr sehr wichtige Pflanzen und da haben wir der Sievers davon und die Insekten auch Kräuter sind auch ganz tolle Butterpflanzen ganz viele von diesen Kräutern die vielleicht eher so mediteral sind zum Beispiel die Salbe oder Rosmarin Navendel werden gerne genutzt von Insekten zum Beispiel links sieht man den Boretsch oder rechts Muscatella Salbe oder hier zum Beispiel Schmuckling aus Cavendel für weniger bekannt ist dass zum Beispiel auch Gemüsegärten was für Insekten bieten können und so vor allem dann wenn es vielleicht so Gemüsegärten sind die auch ein bisschen Mischkultur haben mit vielen Blüten drinnen aber zum Beispiel rechts sieht man die Blüte von einer Zwiebel oder auch Schnittlauchblüten werden auch sehr sehr gerne besucht und dieser hübsche Raubweil das ist die von einem Schwalbenschwanz und die können Sie zum Beispiel auf Dill oder Karotte oder Fenchel finden die fressen das also wenn Sie den sehen dann lassen Sie ihn bitte stehen und die sind auch schon zu senden das kann man glaube ich verkraften wenn man überlässt dafür ist schauen Sie zurück schaust ja hier auch zum Beispiel eine blühende Dille da sind viele kleine Insekten da draußen Käfer und Schwiebel und so weiter also die werden sehr sehr gerne genutzt ja und jetzt noch zu den Staudenbeeten oder Glast oder eigentlich sagen wir Blumenbeete ja da sind die Sachen wo man als erstes dran denkt und man denkt ja wir brauchen was für Schmetterlinge und Bienen sind natürlich auch sehr wichtig und da ist natürlich toll wenn man einerseits schon gezielt so ein bisschen auf das aussucht dass man sich eben Arten aussucht die gerne genutzt werden oder genutzt werden können und andererseits vielleicht auch Bielstauben die in seinem Garten Platz gibt und also auch noch ein wichtiger Aspekt wenn Sie zum Beispiel das ist hier eine Pfingstrolle mit Bielen und einem Rosenkäfer da sehen Sie diese offene Schalblüte die klassischen Pinkstossen die markieren sind ja die die ganz dicht gefüllt sind so vorartig und wenn Sie die gerne mögen können Sie sie auch in ihrem Garten haben aber die sind eigentlich keine Futterpflanzen mehr weil das was Sie hier sehen in der Mitte dieser Staubgefäße sind bei den gewüllten Blüten umgewandelt eben in diese Blütenblätter und die bieten dann eigentlich keine Nahrung mehr also Sie können zum Beispiel in den Garten gefüllt oder ungefüllte Pfingstlose Pflanzen dann haben Sie was quasi für sich und für Insekten aber ich persönlich finde zum Beispiel auch diese ungefüllten Arten sehr sehr schön und das gleiche ist natürlich auch für zum Beispiel Hosen oder eigentlich für alle Blumen die sind so ungefüllten und gefüllten war gibt die gefüllten die haben meistens entweder ganz wenig oder gar keinen Nächster oder Pollen mehr und für Schmetterlinge und Bienen ist es immer besser wenn man eine ungefüllte oder bei Rosen gibt es zum Beispiel auch halbgefüllte Variante wenn man in seinem Garten auch ein eckreservierte Windpflanzen dann wäre das ganz optimal und das tolle ist gibt es auch ganz viele die eher heiß und trocken mögen zum Beispiel links diese große weiße Blüte das ist eine wilde Karotte oder sehen wir da nochmal malben ja Knopfblumen ja also all diese Blumen gibt zum Teil aber auch zum Beispiel Varianten die schon so halb gezähmt sind in Varianten in Staudenvarianten aber Gärtner die dann trotzdem auch immer tolle Nektarpflanzen sind oder sie greifen eben zu Wildstauden und machen Wildstaudenecke hier im Garten das ist ein Beispiel von der Gartentull da haben wir Klimawandel Garten angelegt also mit Stauden und Pflanzen die speziell Hitz und Trockenheit gut tragen und da sind auch viele heimische Pflanzen dabei und da sind dann natürlich auch wieder viele die sich als Futterpflanzen eignen zum Beispiel Schafgabe und das gerne besucht oder in Vordergrund sieht man auch eine Neltenart also im Hintergrund ist eine Blauraute also schon Blau wird das ist ein Halbstrauch und der blitt auch im Sommer so wieder zur Blüten an der Zeit hier sehen Sie verschiedene Pflanzen wie sie im Winter ausschauen und damit wollen wir Ihnen sagen wenn Sie zum Beispiel ein Staubenbeet haben in den Garten lassen Sie es bitte stehen über den Winter schweigen Sie es bitte nicht im Herbst ab weil es könnte sein dass da eben in den Halmen oder zwischen den Blättern zwischen den Stängeln Insekten überwintern das sind sehr beliebte Insektenradtiere auch das Laub Sie können das Laub ruhig drin liegen lassen auch da überwintern wieder gerne kleine Tiere und erst dann Zeit gibt es Frühling wenn alles anfängt wieder auszutreiben wenn die Insekten auch die Chance gehabt haben quasi aus ihrer Winterstarre zu erwachen und den Niesplatz zu verlassen erst dann bitte zurückschneiden und man sieht die Pflanzen schon einfach teilweise dann im Winter oder unter Frost auch so hübsch aus also das ist ein weiteres Schmücken das in den Entwürmen die aus stehen ist Lange Rede kurzer Sinn nicht ausschauen für eine Kuh Sie brauchen ganz viel Futterpflanzen in Ihrem Garten solche für Raupen oder Erwachsene Tier mit ganz vielen Blüten das ganze Jahr über wenn möglich auch viele einheimische Arten dabei und ja keine Druck und Steinbrüsten Frage und so wie in dem Garten ist es quasi perfekt wo es einfach viele Pflanzen gibt die auch in die Höhe wachsen das ist auch für den Gärtner gut weil es dann viel Schatten gibt und weil Blätter die Luft fühlen Sie müssen es nicht unbedingt in den Gartenteich haben aber vielleicht in eine Wasserstelle und auf jeden Fall viele Blüten Ja damit bin ich jetzt am Ende von der Vorstellung von den Gartenelementen und sage Ihnen jetzt noch kurz was zu unserem Angebot und dann werde ich mal schauen ob es Fragen gibt Vielleicht ganz kurz einhaken Vielleicht kannst du gleich nochmal zurückgehen zu deinem Bild mit dem Wasser weil es ist vorher wie Sie das erste Mal dieses Wasser erwähnt haben war die Frage wie tief sollen offene Flächen für die Wildbienen sein Nur ganz flach Das sind ganz kleine Insekten Also wenn sie tiefere Bereiche haben dann legen sie da zum Beispiel Steine hin die eben denen ermöglichen dass sie gefahrlos zum Wasser kommen Ja Super Danke Bitte Ja Ja Was das Bieten Wien Nutz im Garten ist eine Aktion von Niederstreich und wir haben verschiedenste Informaterialien ganz umfangreich und es gibt zum Beispiel unser Magazin also falls Sie das noch nicht bekommen dann lassen Sie es sich mal zuschicken das ist kostenlos und hat immer sehr sehr spannende Tieren Sie können gerne zu allen Garten Fragen bei uns Garten Telefon anrufen oder eine E-Mail hinschicken wir haben ganz viel wir bieten ganz viele Fortbildungen also zum Beispiel Vorträge wie diese heute aber auch Seminare Webinare gibt es auch heuer seit folgend Jahr immer abends wo zum Beispiel zum Thema wie wie schneide ich meine Hecke oder wie schneide ich meine Rosen oder brauche ich ein Wiesbindenhotel wo es dann immer so kurze Vorträge gibt wo man dann auch Fragen stellen kann und auf unserer Webseite wird dies natürlich auch sehr informativ finden Sie auch im Download ganz viel verschiedene Broschüren Sie können sich Ihren eigenen Garten austechnen lassen mit der Natur- und Garten Plakette also wieder links oben gegen ein Umgangs-Pleitwerk von 30 Euro und wenn Sie das interessiert dann haben Sie auch beim Natur- und Garten Telefon an und Sie erklären genau wie das geht dann haben wir Partnerbetriebe mit einem ökologischen Sortiment das sind zum Beispiel Produktionsbetriebe und ausführende Betriebe die finden Sie auch auf unserer Webseite zum Beispiel der Wallace gehört zu unseren Partnerbetrieben und dann gibt es noch Schaugärten wenn Sie sagen ja du musst das mal sehen damit man das vorstellen kann gibt es ein Netz von Schaugärten die ganz schönen also bei Ihnen in der Umgebung ist zum Beispiel beim Nationalpark Hattek gibt es eines im Ziersdorf gibt es eines und auch da finden Sie Informationen auf der Webseite oder Sie lassen die Konsultate zuschicken genau damit bin ich jetzt am Ende vom Vortrag sage herzlichen Dank fürs Zuhören und frage mal nach ob es vielleicht noch weitere Fragen gibt die offenen Flächen meinte ich die Sandflächen zum Brüten von den Wildbienen wie tief sollten die angelegt sein also eine spezielle Freiheit aber ich würde sagen 15 bis 20 Zentimeter ja und mich hätte noch interessiert wie siedeln sie dann also man macht diese offenen Flächen und dann wartet man einfach ob sie Wildbienen ansiedeln dann macht man dann sonst einfach gar nichts genau und wie wahrscheinlich ist das wenn ich oder wie groß ist das dann was nicht fünf Quadratmeter oder wie kann ich mir das ungefähr vorstellen die nutzen eigentlich jede Gelegenheit die sie haben also das eine Bild hat man gesehen da war ganz viele nebeneinander aber es gibt auch wenn nur ein kleiner Flatt ist dann werden nur weniger Brotröhren gemacht also für uns zum Beispiel gibt es einen Acker also einen Feldweg und obwohl da 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 Leute drauf oben kam den legen die trotzdem ihre Mist vielleicht dass sie nichts besseres finden aber sie sind dann wenn sie eine Gelegenheit haben und vor allem die Gegend also ich weiß nicht ob sie aus der Klarregion sind aus der Retzlar Gegend das ist eine Region wo es viele Wildbienen Arten auch gibt und ich denke wenn man einen gleichen Platz zur Verfügung stellt dann werden die das relativ schnell entdecken genau dann war noch eine Frage im Chat und zwar zu welchen Zeitpunkten sollte man Blumenwiesen mähen das kann man leider nicht pauschal sagen weil es gibt ja ganz unterschiedliche Blumenwiesen es kommt darauf an ein bisschen was für einen Huchsi darauf haben ich sage mal diese klassischen Blumenwiesen wie man sie kennt mit Margeriten Glockenblumen oder das Halbein die mäht man zweimal im Jahr also das erste Mal zur Margeritenblüte wenn die Margeriten anfangen zu verblühen und das zweite Mal nochmal im Herbst wenn ihre Wiese andere Blumen hat also könnten sie jetzt entweder vielleicht sagen welche Blumen sie haben oder sie schicken ein Foto ans Gartentelefon wo man sieht welche Blumen da wachsen welche Pflanzen und dann werden die auch Ok super Dankeschön Ich hatte auch noch eine Frage und zwar Sie haben den Blumenrasen erwähnt und ich bin stark auf der Suche nach einem Saatgut für so einen häufigst niedrigen Blumenrasen also ich habe jetzt bei der Blumenwiese habe ich jetzt gerade 100 Quadratmeter angebaut mit einer 40 bis 50 Zentimeter hohen Wiese aber die mäht man halt nur zweimal im Jahr eben also frisch ausgepflanzt bin schon gespannt und für einen Rasen also statt dem normalen Rasen Ersatz also neben der Terrasse wäre ich auf der Suche nach so einem niedrigen Ding und es ist mir unmöglich etwas zu finden wie ich weiß das gibt es noch relativ selten was ist denn das jetzt ich habe jetzt so einen Kräuterrasen gefunden den habe ich dann voriges Jahr angebaut aber es ist eigentlich nur Grünpflanzen also wir haben es dann am Anfang zwei Mal gemäht weil eben nur Unkraut gekommen ist und jetzt hin und wieder sind ein paar Gänse Blümchen da und jetzt habe ich es auch vor drei Wochen das erste Mal heuer gemäht aber es ist nur Grün und es blüht nichts also ja irgendwie weiß ich nicht es kann sein dass das einfach noch ein bisschen braucht weil viele Blumen brauchen Zeit zur Entwicklung das kann sein also wenn sie reinschauen in ihre Fläche und sie sehen dass da viele Blätter drinnen sind dann sollten schon auch Kräute drinnen sein also dann wenn viele Gräse sind dann kann es eben passieren sein dass die Blumen nicht angewachsen sind sondern nur die Gras zusammen sie könnten eben auch nochmal wenn sie das noch haben die beschreibung was da für Pflanzen drinnen sind und auch ein Foto vielleicht an das Kartentelefon schicken dass die ihnen vielleicht auch nochmal das anschauen und ansonsten gibt es zum Beispiel das Saatgut bei der Karin Böhme das Wildblumensaatgut kann man zum Beispiel eines bestellen wie heißt die Karin Böhme Karin Böhme okay ja okay schau ich mal rein also gerade eben so genau aber generell bei so Blumenwiesen braucht man ein bisschen Geduld auch bei Blumenrasen okay na gut dann lass man einfach wachsen passt auch ja super dann also im Chat haben wir noch einen vielen Dank für den Vortrag natürlich auch vielen Dank von meiner Seite war sehr informativ war ein kleiner Ausflug wieder in den Biologieunterricht und genau falls es noch Fragen gibt dann jetzt gerne einfach die Fragen stellen genau und wenn einer eine Frage später einfällt dann am besten einfach beim Gartentelefon anrufen oder die helfen auch gerne vielen Dank ich wünsche allen noch einen wunderschönen Abend und entlasse somit alle in einen schönen Garten eine schöne Gartensaison Stimmt dem schließe ich mich an eine schöne Gartensaison genau und vielleicht wer es weiterempfehlen will die Vorträge sind aufgezeichnet und können dann auf YouTube abgerufen werden beziehungsweise bei unserer Homepage www.unserklima.at und da kann man dir dann auch gerne noch Personen weiterempfehlen genau und vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder die Gelegenheit auch für einen Live-Vortrag richtig vielen Dank